schon wieder haben die heute schon die sind im arbeitslager gespawnt immer aber die kommen hierher oder die wollen ja der ring ablegen müssen auf kills gehen damit die nicht wiederkommen wenn sie weglaufen jagen wir sie bis wir die letzten abend ich mag es wie sie immer um einen kreis laufen es war ein klacks ich dachte nicht dass die in dem sparen könnten ja das war nicht optimal aber es ist was es ist sonst muss ich wieder anfangen wenn ich mit haus zu lernen hat aber irgendwann was an der mauer getan weil hier ist eine lücke drin wo ich weiß dass es nicht drin war solange sie nicht anfangen irgendwie das jetzt flächendeckend zu machen wenn bisher noch keiner die mauern sichern ich brauche noch müssen wir die pfeile ich nehme die pfeile jetzt einfach raus wir brauchen zehn von denen heißt wir brauchen 20 polymeer wir haben zwei heißt wir brauchen noch 18 und ich kann sieben craften das wird so viel länger dauern als ich dachte am anfang ja dann craften wir es wohl mal ein bisschen das wird cool wenn wir mehr handiwork kollegen hätten das stimmt die uns helfen meintest du nicht du hast das ding erhöht ja jetzt haben wir 16 15 wir kriegen jetzt wahrscheinlich bis 20 jedes mal wieder beim level 1 dazu ach ja das kraften in diesem game wie verdammt spannend spürst du diesen nervenkitzel spürst du ihn die dinger sind die die wir eigentlich machen müssen von denen brauchen wir zehn wissen wir mal kurz schlafen gehen sonst briten wir hier nicht leider das sieht nichts das sieht nichts wo er ist das passiert ich lege ihn noch mal hin tatsächlich lege ihn auch noch mal hin so weil schon wieder Tag ist ich will gerade nachschauen ob sich irgendwer anderes auf der web befindet nein es ist schon wieder Tag oh mein Gott das sieht auch noch mal hin den Titel die ich hab mal das huge starke reingelegt was du da hattest jaja dauert ein bisschen das braucht nämlich auch verdammte 40 minuten oh mein gott ja das wären wahrscheinlich so 48 stunden oder so gewesen naja das war so schlimm wenigstens oh mein gott siehst du da hinten beim globus den wichser den werf ich gleich runter vor allem und zeit gilt als ein epic und wer ist das ja der troche beim breeden ach so jetzt schon sind wir auf uns alleine gestellt wir brauchen noch sechs von den dingern feeling down because of bad working conditions ja der kann mich mal die alte cs krankheit ja man muss sie immer noch leben und das ist das das ist das das ist das Oder? Ja, einfach in irgendeine Kiste ranwerfen, dann nimmt die dann näher. So, was kann ich mit dir denn noch so machen? Wie zur Hölle bist du, Idiot, nach hier oben gekommen? Okay, Hormontheid muss noch zweimal gebreedet werden. Oh Gott. Was hast du vor mit dem? Einiges. Okay. Ja, das kann doch hinkommen. Ich hoffe, dass das das richtig geht. Relaxaurus. Auch 20 Minuten, okay. Relaxaurus. Warum spawnt hier keiner? Als erstes muss er gebreedet werden mit nem Beacon. Haben wir ein weibliches Beacon? Ja, haben wir. Ja, da oben sind welche. Dann leg ich das normale Männliche zum Arbeiten rein. Und klauen das weibliche zum Bree. Wie hole ich den jetzt aus der Luft raus? Nein! Ich muss warten bis er runter kommt. Bitte! Haben wir ihn. Schon den richtigen genommen? Ich brauch's mal. Wo klettere ich jetzt hoch? Hier ist nichts. Wie kennen und Jormontheid. Jetzt hol ich nochmal. So. Das muss gut. Bloß kurz mal auch schon, ob ich den noch wirklich noch nicht habe. Ich hab' vergessen den Ring wieder an zurück. Ressour ist nur egal. Okay. Ich sollte ihn wirklich noch nicht haben. Heißt, ich verschwende jetzt keinen. Ehm. Es ist aber auch bloß beim Kuchen so, dass es mit dem Reiten wieder rauslegen nicht funktioniert. Komisch. Ich nehm gleich den Ring ab, Bro. Genau. Dann bist du halt tot. Danke. Schon bleibt er drin. Ja. Das weiß ich aber. So, unser riesen Beacon und die Jormontheid da in dem Gehege ist schon super. Ja, das passt schon. Wenn, wenn das hervorragende Paar, was machst du jetzt hier drin, ähm, schon Ei gelegt hat und der Breeding Balken sich wieder füllt und du legst jemand einen neuen rein, dann bleibt er gefüllt und füllt sich einfach bloß weiter auf. Oh. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da jetzt was richtiges rauskommt oder nicht, weil sie eigentlich vom anderen angefangen würde. Das wird schon passen. Ragnahawk haben wir auch. Den habe ich auch bekommen. Das muss jetzt ein Weibchen sein, sonst fällt er draus. Das ist ein Männchen, das ist schlecht. Okay, wie breedet man den Ragnahawk? Das ist ein Schuss. Ah, Leute. Haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Hammer. Komm heran. ich brauchst du zu büden ich glaube wird was ich das bieten aus was ich das bieten könnte aber wir haben das hat nicht doch das hätten wir eine elphidran und Reptyrochrist aber die garantie dass das dann ein weibchen ist ja das hast du halt nie und hab ich das vielleicht was für eine perldecke nummer ist nicht das die habe ich aber weiblich männlich ja perfekt was brauchst du noch mal für eins das du bieten musst also ich bräuchte ein weibliches ragnahawk ragnahawk ich hab's außen eingezogen also wir sind ja nicht sicher was für eine nummer ist denn das ist das auswendig das warte 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 in der hoffnung dass es halt dann fucking ding ist ne weibchen da vorne ist noch ein großes feierei das will ich haben gehen wir uns die breathingplätze aus das ist schlecht ich habe aus einer kiste habe ich ein t shirt gekriegt und das hat mir jetzt den letzten blauen balken weggenommen heißt ich glaube ich kann nicht mehr erfrieren das braucht 40 minuten abenteuerlich würde ich schon fast sagen ich gehe nach vorne da ist noch ein wegpunkt den ich habe das ist wichtig wegpunkte sind wichtig wenn ich meine rentier zu kühlen er nimmt und schläft ist einfach okay dann brauchst du nur noch eine halbe stunde mount obsidian ich war hier auch schon mal das ist gut da drin ist kitzu da oben drin warum spawn hier kann die panels jetzt ist ne gute Frage was da oben drin ist oh mein Gott so die weibchen brauche ich nicht mehr äh 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 brothers of eternal pyre metaya cool die will ich eigentlich nicht treffen hier ach die feuertypen die feuerbändiger die haben mich zum glück nicht gespottet also ich lauf einfach weiter hier rum so und während das sich hier während das hier brüdet ich bin doch ein idiot ich würde ganz gerne einen waypoint finden dass ich hier wieder wegkomme ich hoffe ich kann sattel zum reiten für den wait a minute oh nein ja man zieht er raus dafür brauche ich viel lochs warum sind jetzt zwei viecher auf einmal raus und dich brauche ich warum habe ich vorher versucht den eiswirfern anzugreifen wenn ich sowieso einen auf der box habe das wenn ich wusste das wenn ich wusste so du kommst da rein das ist mein wyvernfreundchen Klettersteller ähm ich seh jetzt wie wunderschön die eigentlich sind komm her komm her komm her komm her genau du kommst hier rein so mach ich da jetzt nen ok selbst eigentlich wenn es kein weibchen ne wait a minute hat sie erledigt oh gott komm ich will raus aus dem vulkan sehr gut ganz kurz ganz kurz Ich weiß nicht immer noch, warum ich das gebraucht habe, ne? Oh mein Gott. Äh... Lesbienopion-Zeit als Vater. As a parent, genau, mit einem... Nee, okay, ich hau ab. Ciao, Jungs! Schön, euch kennenzulernen. Du musst es so verstehen, ich bin gerade im Vulkan runtergesprungen. Ja, auch nicht schlecht. Ja, genau. Ja, genau. Okay. So, ihr breedet. Ja. Du hast vier Minuten. Du hast 40 Minuten. Und ich bin zu Hause. Was? Und du hast... Oh, gott's.